So, machen wir mal eben looky looky in dieses wundervolle Updater. Need for Schmied. All units, driver has been identified. We're on the freeway. Almost gone. Challenge Reward. Epic Custom. Was stand da? Was war dat? EA Play Reward. Das ist schon wieder diese Abo gebundene Scheiße. Was ist dat eigentlich? Soll dat hier irgendwie, äh, Moin Evoltal? Soll dat irgendwie ne Map Erweiterung sein? Oder hab ich was an den Augen? Bin ich irgendwie doof? Keine Ahnung. Ach so, alles, ach so, ach so, okay. Sorry, da war ich ein bisschen doof. Alles entsperren, ja, sorry. Need for Speed. Bin damit schon fertig. Seit drei Monaten. Wow, der Witz am Ende. Also, äh, was ist das denn? Im Grunde ist da nix Neues. Großartig, ne? Du hast halt jetzt Polizei im freien Modus, hoffe ich mal, ne? Wär ja auch blöd, wenn nicht. Scheint mir so. Free on Server. Ich bin mal gespannt, wie dat aussieht, wenn, äh, jetzt zum Beispiel wir zu viert wären und alle vier haben Polizei. Haben wir dann da, keine Ahnung, ne ganze Armee, Polizeifahrzeuge? Oder kriegt der Server dat nicht hin und wird dat reduziert? Ich hab ja von Anfang an gesagt, das hätte normalerweise als Content-Update eigentlich, naja, schon eine Selbstverständlichkeit. Das hätte eigentlich auch von Anfang an drin sein. Was mich gerade ein bisschen stutzig macht, dass alles bei Tag gezeigt wurde, als wenn immer noch nicht möglich ist, nachts zu fahren. Jo, da muss ich mal kurz eingrätschen beim Vergangenheitsonkel. Man hat hier ein paar Szenen im Trailer doch gesehen, wo man bei Nachtaktivitäten ausgeführt hat. Also, glaub ich schon, dass die Nacht doch dabei ist, aber müssen wir haben. Ähm. Raumhaus Benni sagt, hallo lieber Konsument, wenn dir das Video gefällt, dann lass doch einen Daumen hoch und Abo da. Also, okay, Polizei, also ist cool, man kann ein bisschen Spaß haben, denke ich mal. Wir werden ein, zwei Tage bestimmt da ein bisschen Scheiße bauen mit der Polizei, das ist dann aber auch dann mit der Sache erledigt. Das Auto hier, ja, Challenge Reward, der hier ist Abo gebunden. Mehr Autos haben die jetzt aber nicht gezeigt, ne? Das ist ja der Witz. Also hier, der ist ein Challenge Reward, okay. Lotus Emira, Ball Main Edition. Der hier ist an so ein beschissenes Abo gebunden, also ihr braucht wieder EA Play, wie für den M3 GTR zum Beispiel. Ohne EA Play bekommt ihr diesen Wagen nicht, der meiner Meinung nach auch... Vortal sagt, lieber Konsument, lassen Sie ein Like oder Abo da oder ich werde Sie finden. Sie können sich nicht ewig verstecken. Okay. Das finde ich wieder ein bisschen frech. Ne, ein Auto hier, ja, das küsst du nur, wenn du hier fett Abo machst, ne? Die Frage ist ja, behält man das Auto, wenn man einmal kurz Abo macht und dann weg? Ich meine, das ist schon mal ein bisschen was, ne? Aber jetzt auch nicht wirklich viel. Also ich kann mich da jetzt nicht zu herablassen, das künstlich zu hypen, das Update. Das mache ich halt nicht so was. New Rewards, ja. Darauf habe ich gewartet. Darauf habe ich gewartet. Darauf habe ich auch gewartet. Naja, das ist ja, ich sage mal so, ist ja natürlich Geschmackssache, ne? Das bleibt auch so, das wird immer so sein. Der sieht ja schon wild aus, ne? Aber irgendwie war es das ja dann, ne? Ja, Unlock, äh, das hätte ich noch nicht mal so gehighlighted in dem Video, weil das ist kein Content. Das ist einfach nur, ja, wow, ja. Entsperre alle PR-Stunts da jetzt einfach mal. Das ist ja nix. Dafür brauchst du keinen Key, dafür. Da kannst du einfach googeln. Du hast eine Map und weißt, wo du ungefähr hin musst. So habe ich das ja auch gemacht, ne? Aber manche sind schon übel versteckt hier. Also, also das Größte ist eigentlich die Polizei. Polizei im Online-Modus ist eigentlich der Hauptbestandteil von dem ganzen Update. Nur der Witz ist, äh, at risk, 2600 Dollar. Was soll das heißen? Hat man jetzt sein Online-Geld auch, äh, in Sicherheit fahren muss? Oder was? Ja, ganz komische Feature, finde ich ja, ne? Aber ansonsten, äh, lässt sich hier eigentlich nicht viel finden, ne? Thanks for finally adding things that should've been in the game at launch. Ja, fühle ich. I thought this game was gonna get treated like heat, but about time, äh. Multiplayer-Cops, but driven by actual players as an option for a cop-and-rowers-type game-mode would be better. Ja, ja, wäre schon eine geile Option. Könnt man zum Beispiel auch machen. Exactly what I accepted, nothing what I hoped. Ja, die Meinungen sind eigentlich, ne? Alle ziemlich, eher enttäuscht. So, hier können wir nochmal gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Also, zwei Autos kommen hier rein, vor allem, dann auch noch einer, im Grunde kriegt ihr nur den Lotus und den kriegt ihr halt, den kriegt ihr halt nicht, außer ihr habt EA Play. Also, schon mal eine Paywall dazwischen bei dem Auto. Neue Herausforderungen. 40 neue Tagesherausforderungen. 15 neue Herausforderungen. Okay. 30 Hotlabs-Aktivitäten, vier neue Langstrecken-Events, zwei neue Rumble-Playlists, zwei neue Renn-Playlists. Ja, also ein paar neue Rennen auf jeden Fall, aber steht jetzt nicht, dass es direkt neue Rennstrecken gibt, keine Ahnung. Aktualisierung für vorhandene Playlists. Also, die haben auf jeden Fall ein bisschen was bei den Events geändert. Warten wir mal ab, wie es sich am Ende da entpuppt. Zeige dein Ziel auf den Straßen von Lakeshore. Bla, 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 bla. Neue Fahreffekte. Ja, interessiert mich jetzt persönlich nicht, aber, ja, schlage alle 30 Hotlab-Punktzahlen. Ja, ist auch nicht das Problem. Machst du da eine Fahrkünste? Schau mit, was? Ein Hey-Mey-Fahreffekt, wow. Neue Posen, die absolut keinen Sinn haben in dem Spiel. Du siehst die Charaktere sowieso fast nie, außer kurz am Start. Und da funktionieren die Animationen teilweise auch bei den anderen nicht. Am Ende, glaube ich, ist das Wort, ne? Aber, ja, braucht man nicht, braucht man echt nicht in dem Spiel gerade, ne? Gib dein Banner ein Facelift. Ja, wow. Das Spiel ist tot, ey. Schlüssel zur Karte, ja. Möchtest du schneller Geld verdienen? Lege gleich los mit dem Schlüssel zur Karte und schalte alle 260 Sammlerbeckte 100 Bären. Ja, hab ich alles schon fertig. Was heißt das für schnell Geld verdienen? Damit verdienst du jetzt auch nicht so viel Geld. Kleidungspack. Ein Oberteil. Jacke. T-Shirt, Jogginghose und eine Kappe. Oh mein Gott. Ich nehme alles zurück, Alter. Ihr liked gefällig dieses Video. Und hyped jetzt voll krass diese Lederjacke. Oder was? Ne, ist keine Lederjacke, ne? Was steht da? Fury? Spinde Fury und Zen. Ja, das war's dann. Okay. Ich bin mal gespannt. Wie wird die Kosten? 2, 3 Euro. Imagine, die wollen 10er dafür haben. Also, halten wir fest. Irgendwelche Klamotten, Animationen, bla bla bla, keys to the map, bla bla bla, pay, 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 pay. Ein Auto hinter einer Paywall, ein Auto für eine Challenge und das war's. Und halt die Cops, ne? Ja, und die Rennen. Also, es ist wirklich, äh, nicht viel. Es ist nicht viel. Fast gar nix, wie gesagt. Der größte Unterschied eigentlich, äh, wird das sein, dass halt Polizei am Start ist. Ich hoffe zumindest, dass die Polizei wirklich auch im, äh, äh, Freifahrtmodus unterwegs ist. Aber es sieht eigentlich so aus. Sieht jetzt nicht danach aus, als wenn der hier in einem Rennen wäre. Wobei, der hat hier eine Markierung. Aber ich glaube, das ist das normale GPS, das blaue, ne? Also, ich glaube, das Einzige, was du wirklich, wo du mit Spaß hast, ist wirklich die Polizei im Multiplayer. Wenn ihr da zusammen ein bisschen Scheiße baut, so. Da könnte man zum Beispiel Spiele spielen, wie, ähm, einer hat jetzt richtig schwaches Auto. Dann hast du zwei gute Autos und einen Rambock. Und du müsst den Schwachen halt beschützen, voll die Polizei. Einem muss zum anderen Ende der Map fahren oder so. So, das Spielchen könnte man natürlich machen. Nein, Pains. Also, wer Cockpit-Kamera in den einen Unbound oder Heat haben will, der ist lost. Warum nicht? Warum ist das lost? Kann doch jeder selber entscheiden, wie er spielen will. Aber dass man in einem Autospiel heutzutage vor allem die, scannt die Autos ein und alles. Und können keine, äh, Cockpit-Perspektive machen, oder was? Wofür bringst du, weißt du, was lost ist? Was wirklich lost ist, finde ich ja, äh, Lenkrad. Und keinen Cockpit-Sicht. Ne? Ich meine, kann man machen, wie man will. Wie er will, ne? Jeder, wie er Bock hat. Aber ich finde, wenn ich mit Lenkrad spiele, dann will ich auch eine Cockpit-Perspektive haben. Naja. Gut. Ich denke mal, falls es eine Volume-Free jemals geben wird, dann können wir darauf erstmal wieder warten. Kommt wahrscheinlich dann irgendwann im dritten, im vierten Quartal oder so. Oder das Spiel stirbt halt. Und EA sagt jetzt, ja, das war's komplett direkt wieder. Ihr braucht da nicht dran weiter arbeiten. Das war's. Kein Update mehr für Anbauen, weil es sich einfach nicht lohnt hier, ne? Cash. Und, ähm, ja, macht das nächste Need for Speed. Hä? Oder gar keins mehr. Gut. Toll. Zu viel dazu. So, jetzt haben wir natürlich noch Patch-Notes bekommen im Nachhinein. Und da schauen wir auch nochmal rein. KI-Rivalen und Cops. Einige Fehler wurden behoben durch die Verkehrsfahrzeuge an unerwarteten Orten spawnen. Ein Fehler wurde behoben, durch die Symbole von KI-Rivalen auf dem Bildschirm flackerten. Ein Fehler wurde behoben, KI-Rivalen während des Events von der Polizei erwischt wurden. Und das Rennflug so, blablabla. Das bezieht sich auch mehr auf den Story-Modus, ne? Also, hier haben wir einige Fehler mit der KI, halt, und die Polizei. Durch den Cops, die eigentlich noch inaktiv wurden, nachdem Spieler erwischt wurden, okay. Ein Fehler wurde behoben durch den Helikopter, nicht wie vorgesehen, die Verfolgung aufnahm. Ein Fehler wurde behoben durch das Event Old Town Road. Also, nix wildes, alles so kleinere Fehlerchen. Balancing für KI-Fahrer. Uuuuh. Au, au. Haben sie das Robberband ein bisschen gepatcht, oder was? Dann haben wir noch Balance und Meta-Optimierung. Ui, die Möglichkeit, Wagen auf eine Stufe unter der Serie herabzustufen, wurde eingeschränkt. Das ist schon mal ganz gut da, ne? Werden einige Meta-Autos aus niedrigeren Klassen verschwinden? Und ein Moment. So, wo waren wir? Musste kurz an eine Tür. Ein Exploit wurde behoben, durch den Spieler zusätzliche Gänge mit Hilfe von Drittsoftware verwenden konnten. Okay. Ja, interessant. Dann Fehler. Nur drei Motorenwechsel für den Rocky-Wagen. Okay, davon habe ich jetzt nichts mitbekommen. Ein Fehler wurde behoben durch das Zurücksetzen der Strecke, weil schnellerer seinen Unfairen vorteil verleihen konnte. Und die Beschleunigung des ersten Martin-Wulken wurde in der S-Klasse ausgeglichen. Interessant. Herausforderungen können von einem gesperrten Gegenstand ausmarkiert werden. Einige UI-Fahrer im Zusammenhang mit Herausforderungen wurden behoben. Ein Fehler wurde behoben, durch den die Spieler nur für eine Herausforderung eine Pop-Up-Benachtigung erhielten, nachdem sie mehrere Herausforderungen abgeschlossen hatten. Okay. Ein Fehler wurde behoben, durch den Garagen-Belohnungsbestimmt zweimal nach Abschluss der Herausforderung einzeigen wurde. Ein Fehler wurde behoben, durch bestimmte Herausforderungen falsche Informationen anzeigen. Das Feedback für Freischaltkriterien von Herausforderungen wurde verbessert. Ja, wie gesagt, ein ganzer Haufen an Optimierungen an der KI und anderen Sachen. Und ein bisschen Meta-Patching. Hier haben wir noch einige Client- und Performance-Optimierungen. Das will ich jetzt gar nicht alles vorlesen, das ist halt alles so Technik-Kram. Wer da irgendwie Probleme mit hatte, der kann sich ja hier drauf schauen und beten, dass das dann bei ihm funktioniert. Fahrzeug-Tags können Fahrzeuge nun individuell zurückgewiesen werden, okay. Ja. Eine ganze Menge kleinere Bugs halt, die hier behoben werden. Eine ganze Menge. Oh ja, oh mein Gott. Bezirksnamen der Karte wurden herzugefügt. Gesperrte, aber kaufbare Verstecke sind jetzt auf der Karte zu sehen, okay. Einige Fehler wurden durch die Minikarte bestimmt im Bereich des Spiels verschwand. Bra, hab hier auch nichts mitbekommen von. Und auch hier wieder ein ganzes Po voller Fehler. Himmel. Multiplayer-Spieler können nun sehen, was andere Spieler tun, während sie sich auf der Karte auf Treffen und auf der Liste im Partymenü befinden, okay. Fehler wurde behoben durch den Verkehrsfahrzeugen. Mal gucken, ob hier was über den Ding steht. Multiplayer an sich. Die Spielerzahl, die Handhabung der Position von Spielern in Multiplayer-Lobbys wurde verbessert. Einige Fehler wurden beobene Spieler daran hindert, Multiplayer-Einladung zu verschicken. Jetzt ist alles nur Fehler, Fehler. Fehler, 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 Fehler. Allgemeine Verbesserung der Partyinformationen und Sichtbarkeit. Einladen zur Multiplayer-Playlist. Verbesserung der Server-Stabilität. Die Zeit, die Spieler in der Karte-Taste gedrückt halten müssen, um auf das Party-Taste gut angepasst. Aber keine Dings, ne. Also vergrößert wurde die wohl nicht, die Party. Dass man hier wieder sechs bis acht Spieler in seine Party einladen kann. Hier auch einige Playlists und Rennen. Oh mein Gott, wie viel, ne. In der Playlist können Spieler jetzt bei jedem Rennen einen Wagen wechseln, der besser zum jeweiligen Event-Typ passt. Ah ja. Das ist auch ganz cool. Optisches Feedback wurde der Playlist-Benutzer wahrscheinlich hinzugefügt, um anzusehen, ob Spieler einen Mietwagen benutzt haben. Okay. Grundauszahlung für alte, für alle Multiplayer-Playlists wurde erhöht und auf die Auszahlungsskalierung bei einer größeren Anzahl von Spielern fällt nun höher aus. Aha. Also kriegt man jetzt endlich auch mehr Geld. Fehler mit Grafik. Fehler, 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 Fehler. Fehler, Fehler. Es sind zu viele. Ich möchte die nicht vorlesen. Lest die euch bitte selber durch, wenn ihr wollt. Das ist Wahnsinn. Fehler, 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 Fehler. Wie viele Fehler dieses Spiel eigentlich hat. Da hast du gar nichts. Oh Himmel, ey. Das Spielverlauf beim Ende einer Playlist wurde verbessert, damit Spieler nun richtig nebeneinander spawnen. Ui. Choral, Alter, cool. Das ist auch nicht schlecht. Playlist Wagen aufs Rollen wurde verbessert und lädt nun 3D-Modell jedes Wagens vor der Auswahl, anstatt nur den Thumbnail zu nehmen. Uuuu. Okay. Fehler, Fehler, Performance-Bewertung der Wagen. Fehler wurde beobenen. Fehler, Fehler, Fehler. Benutzeröberfläche. Eine Option, wenn die Reihenfolge der Wagen in der Garage umgekehrt werden kann. Okay. Fehler, Grafik, Fehler, 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 Fehler. Äh, die Ergebnisbildschirm bei Taked-Over der Begeben. Und Tüfteln sind im Einzelspieler-Modus wurde verbessert. Okay, die Grafikqualität wurde verbessert. Unnötige Anführungszeichen in mehreren Bestätigungstexte vor der Bibliothek unentfernt. Unnötige Dinge. Wir haben anbauen und entfernt, Kappa. Ähm, wir lenden das Nummernschilder. Oh Gott, guckt euch diese Fehlerliste an. Die ist ja katastrophal riesig. Fehler, 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 Fehler. Ich kann das nicht alles lesen, Digga. Das geht nicht. Das ist einfach viel zu viel. Fehler, 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 Fehler. So, hier Welt. Auch noch einige Grafiken- und Kollisionsfehler in der Welt wurden behoben. Sehr schön. Beleuchtungsfehler in der Welt. Ja, Fehler, 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 Fehler. Oberfechten, Wasserpfützen, klotzig, außerhalb wurde auch behoben. Okay. Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler keine Plakatwandbelohnungen in einigen Bereichen einsammeln konnten. Okay. Ja. Aber jetzt nur Fehlerbehebung, nichts Großes. Allgemeine Fehlerbehebung, Verbesserung. Eine Option zum Zurücksetzen der Kamera im Schnappschussmodus. Okay. Kameraaktivität. Songs können während des Rennens nun übersprungen werden. Das ist auch cool. Inkonsistenzen bei Anzeigen von Rennrouten. Fehler, 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 Fehler. Fehler, Grafikfehler. Fehler, 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 Fehler. Fehler, 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 Hässich, 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 Hä Also ein ganzer Arsch voller Fehler wurde behoben. Also unfassbar viele Fehler, die gepatcht wurden angeblich. Ich bin gespannt. Lässt mich schon wieder ein bisschen mehr hoffen im Großen und Ganzen. Ja, wie gesagt, das Update ist nicht super groß, aber kommt auch am Ende darauf an, wie sich das auf die Langzeitmotivation auswirkt mit der Polizei und den veränderten Rennen und so weiter. Vielleicht wird es dann wirklich doch noch besser, als ich es gerade noch erwarte. Aber naja, ist ja nicht mehr lang her. Nächste Woche ist es schon soweit. Dann schauen wir da rein und ich hoffe, naja gut, kann nur besser werden eigentlich. Aber warten wir mal ab, wie sich das da alles entwickelt. Und das war es dann auch an der Stelle. Ja, you ready to do this? Und das war es dann alt. Und das war es dann. Und das war es dann auch ein bisschen besser. Und das war es dann auch core quietly. Vielen Dank.